Musik Es war heute in Anführungsstrichen ein bisschen entspannter. Es war relativ lang laufen, aber keine Hektik. Und wir sind alle heile und einigermaßen flott angekommen. Es ist eine sehr coole Erfahrung. Weil ich das letzte Mal, soweit ich mich erinnere, mit meinem Bruder zusammen in einem Zelt bei meinen Eltern im Garten geschlafen habe. Nachts draußen. Immer wieder was Schönes, Neues. Ich finde die ganze Idee spannend. Ich denke, man kommuniziert einfach mehr in eine andere Richtung. Man muss irgendwo neue Lösungen finden. Und ja, gerade eben am Lagerfeuer haben wir ein Spiel gespielt. Und ja, haben einfach mal miteinander gesprochen. Und ich denke, das ist ganz gut auch fürs Team. Musik Es ist bequemer, als ich dachte. Gut, ich habe auch vorher unter der Plane versucht, die ganzen Äste oder so, was ich halt gesehen habe, wegzumachen. Ja, und dann haben wir hier so eine super schöne Isomatte. Und dann war es das auch schon. Jetzt heißt es runterkommen, versuchen zu schlafen. Wird interessant, aber ich glaube, es gibt schlimmere Plätze zum Schlafen. Deshalb freuen wir uns drauf. Na dann, gute Nacht. Na dann, gute Nacht.